Du hast einfach als Führungskraft einen anderen Blick auf die Dinge, weil du bist in anderen Besprechungen, du hast selber eigene Ziele, andere Ziele vielleicht, du hast dadurch einfach einen anderen Blick und du hast im Idealfall auch mehr Zeit, dich um das Außenrum zu kümmern und bist nicht direkt drinnen in den Tasks, in den Arbeiten, sondern du siehst einfach allein schon in deinem Team, okay, da gibt es Tasks da, da gibt es Tasks da, die passen da zusammen, die passen nicht zusammen, können wir mal schauen, dass wir die vielleicht irgendwie zusammenpassend machen und du hörst von anderen Teams, was die natürlich für Tasks und Aufgaben haben und damit bist du in einer ganz anderen Position und ja, jetzt haben wir den Richtungswechsel schon angesprochen, der einfach für die generelle Reflexion, für dein generelles, wie siehst du Dinge in der Welt so wichtig ist, wenn sich Menschen generell mehr die Frage stellen würden, ja okay, ich ärgere mich da jetzt, weil, und sich dann stellen würden, hm, wie könnte das aussehen, wenn ich da andere wäre, dann würde es halt generell in der Welt, das ist ein bisschen philosophisch, aber dann würde es halt viel besser laufen auf der Welt, wenn man sich diese Frage ein bisschen öfter stellen würde.